Menschen, Meinungen, Momente, Lokaltöne, der Podcast von Wir sind Kaufbeuren. Mit Ihrem Gastgeber Klaus Tennembergen. Präsentiert vom Landgasthof Hubertus aus Appeltrang. Im September 2022 wurde Dorothee Stürzbecher-Schalück in der Evangelischen Kirche hier bei uns in Kaufborn in ihr Amt als Pfarrerin eingeführt und, ich glaube, so heißt es, ordiniert. Korrekt. Seitdem hat sie hier in der Gemeinde, würde ich sagen, für viel Aufmerksamkeit gesorgt, nicht alleine durch ihre Aperol-Spritzandacht. Und sie grinst schon, insofern ein Thema, was sie wahrscheinlich erwartet hat, worüber wir sprechen und durch ihre Kneipen, Bierkneipengottesdienstandacht. Wir kennen uns noch nicht großartig, haben uns jetzt heute eigentlich erst großartig kennengelernt. Insofern freue ich mich sehr auf unser Gespräch, auf den Lokaltöne-Podcast. Herzlich willkommen, Dorothee Stürzbecher-Schalück. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich. Sehr gerne. Wie gesagt, wir kennen uns nicht, das heißt, ich bin sehr interessiert daran, viel heute zu erfahren. Das Intro mit Aperol-Spritz und Bierkneipengottesdienst nicht zum ersten Mal gehört, oder? Wenn es um ihre Person geht? Nee, natürlich nicht. Das ist, glaube ich, so etwas, was die Leute irritiert hat oder auch erfreut hat oder zumindest auch aufmerksam gemacht hat. Okay, wie kam es zu dieser Idee? Ja, ich glaube, ich bin selbst jemand, der, ja, ich bin gläubige Christin, ich bin Pfarrerin natürlich, aber für mich ist dieser 10 Uhr Gottesdienst am Sonntag jetzt auch nicht meine Primetime. Und wenn man Gottesdienst hält, da sind sehr viele Leute, jetzt ohne jemandem zu nahe zu treten, im reiferen Alter. Also meine Generation oder auch jünger kommt nicht vor. Und so kam ich auf die Idee, ja, wie machen wir denn das, dass auch solche Leute vielleicht erreicht werden? Und ich war viel im Gespräch mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen oder auch mit, ja, Privatfreundinnen. Und die sagten, ja, geh halt mal wohin, wo die Leute sind. Ja, man überlegt dann so, wo sind denn die Leute? Und dann saß ich hier bei uns in Kaufbeuren im Jordanpark. Da ist doch diese, damals war es die neue Konteeke. Ja, genau. Mit ihnen Liegestühlen und ich fand es total charmant und dachte mir, ach ja, hier, wäre es doch witzig. Und ich hatte zu der Zeit ein Aperol Spritz in der Hand und, mei, wie es halt so ist, kam halt die, im wahrsten Sinne des Wortes Schnaps-Idee, mach doch eine Aperol Spritz-Andacht. Hab das mit meinem Mann besprochen und der fand es witzig und, ja, ich bin dann einfach umhin marschiert, hab gefragt, würdet ihr mich denn aufnehmen bei euch hier? Und klar, probieren wir es aus, hab mit den Kolleginnen drüber geredet, mach mal einfach. Und so war die Idee geboren und, ja, es lief gut. Es war witzig, es war echt nicht schön. Also das heißt im Prinzip eine eigene Erfindung, nicht in irgendeiner anderen Stadt da mal von gehört und gedacht, das könnte man ja adaptieren. Also die Aperol Spritz-Andacht, die ist jetzt von mir geboren und den Kneipengottesdienst, das gibt es überall, glaube ich, in Deutschland. Das ist jetzt nichts Neues. Das war dann, nach der Aperol Spritz, Andacht kamen die Leute auf mich zu und haben gesagt, ach ja, mach doch nochmal sowas. Es kam der Herbst, da geht man natürlich nicht mehr jetzt unbedingt in den Park, sondern, ja, in die Gastronomie-Kneipe. Und da habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich doch mal so einen Kneipengottesdienst aus. Jetzt hat man ja häufig noch irgendjemanden über sich. Sie sind, glaube ich, als die dritte Fahrerinstelle ordiniert, glaube ich, oder? Also es gibt noch was drüber, es gibt noch einen Gemeinderat, es gibt noch ganz vieles, die ja irgendwo mitsprechen könnten, müssten, sollten. Wie hat man denn reagiert auf die Idee? Ich glaube, das ist ein bisschen verwirrend bei uns. Wir sind erste, zweite, dritte Fahrstelle, aber das ist nicht hierarchisch. Also wir sind Kolleginnen und Kollegen, wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Aber klar, es gibt bei uns den Kirchenvorstand, das ist auf jeden Fall etwas, wo man das bespricht vorher. Da kann ich nicht einfach sagen, ach ja, ich mache jetzt irgendein neues Gottesdienstformat, da brauche ich schon den Servus. Und das habe ich da vorgestellt. Und ja, auch zu meiner Verwunderung waren die alle Feuer und Flamme. Und das ist wirklich gemischtes Publikum, was das Alter angeht, was auch die Frömmigkeit angeht. Also deswegen war ich da sehr ermutigt und hatte einen gestärkten Rücken. Und genau, die haben so bei uns, das nennt sich ganz lateinisch, just lituricum. Also die dürfen entscheiden, was passiert im Gottesdienst. Okay, und war die, danach war die Rückmeldung dann auch noch positiv? Ja, also tatsächlich, also im größten Teil natürlich. Es gibt immer Leute, die finden sowas doof, das ist ganz klar, das ist bei allem Geschmackssache. Aber die waren, ja, sehr, sehr lieb zu mir. Ich habe zwei Sätze über Sie gelesen. Das eine ist, Gott will, dass die Menschen glücklich sind. Und ich versuche, die Menschen dort zu erreichen, wo sie gerne sind. Passt es so ein bisschen in diese beiden Formate rein? Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass es glücklich sein ist, trifft es gar nicht so genau, das ist noch zu kurz gefasst. Ich glaube, dass viele Menschen zurzeit auf der Suche sind. Spiritueller Natur sieht man überall, sei es im esoterischen Bereich, sei es aber auch im klassisch-volkskirchlichen Bereich. Und da wollte ich die Leute abholen, die eben nicht, habe ich ja schon gesagt, über diese Kirchenschwelle hinweg wollen. Und das ist der eine Punkt. Glücklich machen in dem Sinne, dass sie vielleicht auch noch Begegungsfläche mit anderen Menschen haben. Jetzt so nach Corona ist sehr viel abgebrochen. Die Leute sind einsam geworden. Man nennt es ja Social Awkwardness. Also man kann gar nicht mehr so mit den anderen. Und da wieder was zu schaffen, wo man beides verbindet. Also nicht irgendwas mit Mehrwert, was sinnstiftend ist und noch Menschen zu haben, mit denen ich dann ins Gespräch einfach komme. Das wollte ich machen. Ja, das ist so mein Hauptansatz gewesen. Und das andere, was war es nochmal? Ich habe es vergessen. Also einmal, dass Gott will, dass die Menschen glücklich sind. Sehr glücklich, ja. Und ich möchte die Menschen dort abholen, wo sie sind. Wo sie sind, ja. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die halbe Welt im Jordanpark an der Theke steht oder in der Kneipe ist. Aber das sind einfach Orte, an denen kommt man leicht ins Gespräch. Da ist man entspannter. Da ist man vielleicht auch nicht so unter Beobachtung. Ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, in so einer Kirche, das ist ja doch recht frontal, da guckt man dann von hinten mal, ja, blättert die den richtig im Gesangsbuch? Oder was hat die denn überhaupt da an? Und zumindest ist diese Atmosphäre oft gegeben. Und in der Kneipe ist es locker. Da sagt man, du, da gibt es eine Bierfehlzahl und da ist es einfach nett. Wie sind Sie denn überhaupt zum Glauben gekommen? Das heißt, es ist ja wahrscheinlich auch nicht so eine übliche Berufswahl, Pfarrerin zu werden? Nein. Wann entstand das? Also ich komme jetzt auch nicht aus der ultrafrommen Familie, das muss ich sagen. Also ich bin in Pfarrerin geboren, habe hier auch meine Zeit als Konfirmandin damals gemacht. Und mit 14 fand ich das spannend. Ich fand das interessant. Ich bin dann auch so ein bisschen geblieben in der Jugend hier. Und das brach aber dann auch wieder ab. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt hardcore dabei war. Ich hatte guten Religionsunterricht. Ich glaube, das war ein Punkt, der sehr offen war, der gut gestaltet war, wo sehr viel geisteswissenschaftliche und philosophische Inhalte waren. Und das hat mich interessiert. Und nach dem Abitur, wie glaube ich jeder, steht man da und denkt sich, was mache ich denn jetzt? Ich wollte alles Mögliche schon werden. Schauspielerin war eine Sache. Oder Philosophie studieren. Oder Religionswissenschaften. Damit habe ich dann auch tatsächlich begonnen. Ich habe Philosophie und Religionswissenschaften in München angefangen zu studieren. Habe dann nach drei Semestern gemerkt, das ist jetzt nicht mein Weg oder mein Studium. Und kam dann über nette Begegnungen zur Theologie. Ich muss gestehen, ich war in Latein furchtbar schlecht in der Schule. Das habe ich mit Ach und Krach irgendwie hingekriegt. Und das Theologiestudium beinhaltet nochmal ein Gräkum und ein Hebraikum. Und das war für mich die größte Hürde, zu sagen, oje, kriege ich das hin? Habe mich dann getraut, habe ein bisschen Gast gehört, bin geblieben. Und das war für mich die beste Entscheidung überhaupt, weil man macht zwei Praktika. Das machte ich dann auch im vierten Semester bei einer ganz tollen Pfarrerin in München. Das war die Zeit, wo gerade die ganzen Flüchtlinge ankamen. Und in der Münchner Bayernkaserne wurde sehr viel handfeste Arbeit geleistet. Und die war da sehr engagiert, hat mich mitgenommen. Und gleichzeitig, ja in Anführungszeichen, war sie so schön normal. Also man hat am Abend, saß man zusammen, hat mal ein Glas Wein getrunken. Sie war locker, witzig. Irgendwie all das, was ich ja auch in meinem Klischee hatte, weit weg von Faltenrock und Rollkragenpullover, wie man sich halt immer die Theologinnen so vorstellt. Sie war nett und das war die Begegnung, wo ich mir dachte, okay, wenn das eine Pfarrerin ist, dann kann ich das auch. Oder dann packe ich das irgendwie auch. Und das zweite Praktikum war dann beim Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten. Der hat mich überall mitgenommen. Also von guruistischen Bewegungen in erzkonservative Freikirchen. Also ich war da sehr plural unterwegs. Und da habe ich dann so gemerkt, was ist denn eigentlich mein Glaube? Man merkt ja viel im Vergleich zu anderen, sich abzugrenzen oder auch zu sagen, ja, nee, ich glaube das. Und das hat mich sehr geschärft. Gab es denn vorher, den Glauben gab es ja vorher schon. Sonst wäre ja wahrscheinlich die Entscheidung, in die Richtung zu gehen, nicht da. Wie hat es sich dann verändert? Oder wo stand einmal der Glaube und hat sich dann weiterentwickelt? Naja, also man studiert Theologie jetzt nicht, wenn man, glaube ich, sagt, ich glaube gar nichts. Die gibt es bestimmt immer wieder, aber das wird im Theologiestudium, ist ein geisteswissenschaftliches Studium. Da geht es jetzt wenig um spirituelle Erfahrungen. Das ist sehr, ja, wissenschaftlich letzten Endes. Und das fordert den Glauben auch sehr heraus. Das kann ihn aber auch sehr schärfen. Und das hat es bei mir gemacht. Also manche Dinge habe ich komplett abgelegt, die man vielleicht früher geglaubt hat. Andere sind hinzugekommen, andere wurden reflektiert und durchleuchtet. Und ich finde das Theologiestudium großartig. Es war für mich sauschwer. Es war echt anstrengend. Aber es hat sich gelohnt. Okay. Ist die Frage, was bedeutet dann Glauben für Sie? Was sind die Schwerpunkte des Glaubens? Oh, die Schwerpunkte des Glaubens. Oder ist es, ja, das, also für mich, was Glaube für mich bedeutet, ist, glaube ich, eine Weltanschauung im besten Wort, in der Wortbedeutung. Ich blicke auf die Welt, ich im Hintergrund, dass da ein Gott ist, der es gut mit mir meint oder der einen Sinn dem Ganzen gibt, dem ich mich fallen lassen kann. Auch in Momenten, wo es mir schlecht geht oder wo es wirklich mal, wo ich struggle. Es gibt einen Theologen, der hat mal gesagt, Gott geht mit mir in den Dreck. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das war natürlich eine ganz andere Zeit, Drittes Reich damals. Aber das hat mich so beeindruckt, weil es für mich schon immer wieder an die Grenze gekommen ist, wenn ich jetzt an dieses Leitthema kam. Und eben dieses Gott geht mit mir in den Dreck, der ist da, da ist jemand, der mit mir leidet und mit mir durchgeht. Und ein zweiter Punkt ist, meinen Wert muss ich nicht an der ganzen Gesellschaft ausrichten. Also sei es an der schönen Instagram-Welt oder was leiste ich, was verdiene ich, sondern ich bin geliebt, so wie ich bin. Das spricht Gott mir zu und das ist mein wichtigster Punkt im Glauben. Okay, auch dass, Sie sprachen gerade die schweren Momente an, auch dass, und dass es einen Sinn hat, auch dass das, was mir gerade passiert, auch nicht einfach beliebig ist, sondern dass es irgendwo einen Plan verfolgt? Also ich glaube, dass ich in manchen Punkten nicht sehen kann, ob das wirklich jetzt einen Sinn hat. Das weiß ich nicht so richtig, ob alles einen Sinn hat, aber ich bin nicht allein. Ich glaube, das ist es. Ich muss nicht alleine durch etwas gehen. Das ist es. Wie kann es dann sein? Es suchen ja ganz viele Menschen nach dem Sinn und nach diesem Nicht-Alleine-Sein. Und dennoch verliert die Kirche immer mehr an Zuspruch und die Menschen wenden sich zu ganz anderen esoterischen Formen zu. Schon verwunderlich, glaube ich, in dem Kontext. Einerseits verwunderlich, einerseits vielleicht auch nicht. Ich glaube, man muss das schon nochmal trennen. Denn die Kirche ist ja von uns Menschen auch gestaltet, ausgestaltet. Und wir treffen nicht immer den richtigen Ton, muss man sagen. Und ich glaube, dass, ohne jetzt meine Arbeitgeberin zu bashen, aber es wurde auch viel versäumt in den letzten Jahren. Also wir waren in der privilegierten Position, dass die Menschen zu uns gekommen sind. Ganz egal, was da erzählt wurde, was da gemacht wurde. Und es hat sich halt verändert einfach durch die Säkularisierung. Man denkt Pluraler, ist klar. Und da jetzt zu schauen, wie vermittle ich wirklich tolle Inhalte, sei es biblische oder eben auch christliche Inhalte, in eine moderne Sprache, in eine Zeit, dass die Menschen sehen, ich habe einen Mehrwert davon zu glauben. Da müssen wir ansetzen. Das heißt, dass die Kirchen diesen Wandel auch selber noch nicht richtig vollzogen haben, wenn sie früher auch eine ganz andere Autorität bei den Menschen darstellten. Ihr Leben war sehr geprägt von der kirchlichen Denke und von den hierarchischen Formen. Und das ist plötzlich weg bei vielen. Also was macht die Kirche jetzt wahrscheinlich? Genau, ganz genau. Also ich finde, diese Autorität oder am letzten Endes ja auch eine Machtstellung gewesen, die die Kirche hatte, die fällt immer mehr weg. Und ja, jetzt ist es nichts an uns, an uns Pfarrerinnen und Pfarrern oder kirchlichen Mitarbeitern, da mal dagegen zu steuern. Und letzten Endes haben wir ja, glaube ich zumindest, Gott im Nacken, der sagt, ja, dass das funktioniert und es wird immer irgendwie weitergehen. Aber ich glaube, anders, als es natürlich in den letzten 100 Jahren gewohnt war. Hat sich der Glaube im Laufe des Theologiestudiums oder auch dann nachher bei der Betrachtung der Kirche, wie sie dann plötzlich wirklich ist, hat er sich dort verändert? Ich glaube, Glaube macht immer Phasen durch. Also natürlich hat es sich verändert. Es ist auch jetzt, also ich würde sagen, ich glaube, schon allein in einem Jahr verändert sich mein Glaube immer wieder. Oder das sind Situationen im eigenen Leben, im privaten und beruflichen, die den Glauben verändern. Wenn das Grundgerüst bleibt, ist es gut. Und wenn was Neues hinzukommt oder alte Stricke abgeschnitten werden, ist das total okay für mich. Also ein Glaube ohne Zweifel und ohne, dass man mal ins Schleudern kommt, der ist, glaube ich, ganz schön unreflektiert, um das mal zu sagen. Ich habe ja im Intro gesagt, dass ich mich sehr auf unser Gespräch freue und dass wir uns noch nicht großartig kennen, im Prinzip heute so richtig erst kennenlernen. Ich habe aber schon vieles von Ihnen gehört, auch eigentlich ausschließlich Positives. Also sie ist nett und ganz offen und sie geht auf die ganzen Dinge viel, viel offener und auch lockerer zu. Ist es das, was die Menschen sich vielleicht auch wünschen im Umgang mit Würden, Trägern, mit Kirchen? Ich glaube, Authentizität ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man nicht authentisch ist in dem, was man tut, aber das gilt, glaube ich, für alle Berufsgruppen, dann, weiß nicht, dann hat man schon mal so ein komisches Bauchgefühl manchmal. Das geht mir auch so. Und das ist mir wichtig. Das war mir ja schon immer wichtig. Ich möchte zu den Leuten ganz ehrlich sein und das mache ich auch, wenn ich Probleme mit was habe, auch mit Glaubensinhalten, dann thematisiere ich das, auch von der Kanzel am Sonntag weg. Das ist jetzt nicht so, dass ich immer happy, klappy, Fröhlichkeit mache. Ich setze mich da echt mit den Sachen gut auseinander und versuche das dann an Mann, Frau zu bringen. Wie ging es denn überhaupt weiter? Also Sie sind nach München gegangen, dann Theologie zu studieren. Wie geht es dann weiter, um irgendwann in der Funktion zu sein, in der Sie jetzt sind? Ich bin dann ins WKJAD gegangen, das ist vergleichbar bei den Lehrern mit dem Referendariat. Das sind nochmal zweieinhalb Jahre. Da war ich im Münchner Norden, in München in Freimann, in einer Gemeinde. Und gleichzeitig hat man die theoretische Begleitung im Prediger-Seminar in Nürnberg. Also da bin ich dann zum ersten Mal nach Franken gekommen. Und das ist ein Verbund mit anderen Pfarrerinnen oder angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern und macht da so seine Ausbildung. Und da lernt man das Predigen, vor Leuten sprechen und wie man spricht. Genau, also das Theologiestudium ist so die Basis und dann kommt der praktische Teil. Also Predigt, Seelsorge, zum ersten Mal beerdigen, taufen, trauen. Wie mache ich eine gute Konfistunde? Wie leite ich eine Kirchenvorstandssitzung? Also all kirchenrechtlichen Dinge kommen da hinzu. Manches ist super spannend, manches ist super trocken, wie es immer so ist. Aber man macht es ja gemeinsam, das ist das Schöne. Was vermittelt man zum Thema Predigen? Sprich laut, damit dich auch jeder bis hinten hört? Oder was sind so die zentralen Dinge beim Predigen? Naja, wir Theologen und Theologinnen fangen natürlich dann immer wieder an bei Luther oder davor. Wie wurde denn da gepredigt? Nee, aber natürlich, es gibt verschiedene, es nennt sich die Homiletik, die Predigtlehre. Es gibt da schon richtige Kunstformen. Also man trainiert dann auch mit Sprechtrainerinnen, mit Logopäden oder auch mit einem Schauspieler mal. Also das ist ja, letzten Endes ist ja so ein Gottesdienst auch eine Inszenierung. Und so eine Predigt muss ja auch schon einigermaßen rhetorisch laufen, sonst schlacht mir da vorne jemand ein. Und das will ich natürlich auch nicht. Das macht man da. Und man filmt sich dabei, man schaut es dann mit den Kollegen und Kolleginnen an. Da kommen unangenehme und sehr lustige Momente und sehr bestärkende Momente raus. Und das ist schon eigentlich sehr, sehr schön. Und ist ja auch ganz neu. Also man kennt das ja entweder formlich, dass man vorher gefilmt wird, um dann beobachtet zu werden. Natürlich nicht. Das ist alles, das ist neu, das ist spannend und das ist immer wieder herausfordernd. Und ich glaube, das ist etwas, was ich in diesen zweieinhalb Jahren BKJ gelernt habe, mich in kürzester Zeit in neue Situationen einzufinden. Weil da prasselt viel Neues ein. Die Menschen sind unterschiedlich, denen man begegnet. Ich habe das damals noch unter den ersten Corona-Lockdown-Bedingungen gemacht. Da mussten auch sehr schnell neue Formate erfunden werden, aus dem Boden gestampft werden. Also es ist sehr kreativ. Es ist eine sehr kreative Zeit, würde ich sagen. Was ist so Ihr Stil beim Predigen? Also ich versuche immer, jeder Predigt liegt ein bielischer Text zur Grundlage. Immer. Und da schaue ich mal, was hat denn das jetzt heute überhaupt noch mit mir zu tun? Gibt es da irgendetwas, was mit meinem Leben jetzt, 2024, zu tun hat? Und damit beginne ich immer und ich versuche, das einigermaßen narrativ-erzählerisch zu machen. Also das ist mein Stil, zu schauen, ob ich eine Geschichte dazu erzählen kann, was aus dem eigenen Leben. Also ich scheue mich jetzt nicht so sehr, auch was Privates zu erzählen. Manche sagen da total, nee, mach das bloß nicht. Mei, ich gehöre jetzt zu dem, nee, das ist schon okay. Gibt es da innerhalb des Teams an Pfarrern auch gemeinsame Gespräche, wo man sich darüber unterhält? Wie war die eigene Predigt? Meistens ist es im Vorhinein. Man sagt, was ist denn das für ein blöder Bibeltext? Also so ist es dann eher, wenn man sich vorbereitet. Man hat einen vorgegebenen Predigt-Bibeltext für jeden Sonntag. Das ist eine sogenannte Perikopenordnung. Das dürfen wir nicht selber raussuchen. Der Text für jeden Sonntag ist uns vorgegeben. Also das heißt, ob ich jetzt in Kaufbeuren, in die Dreifaltigkeitskirche gehe oder in Neugarns, in der Christuskirche oder in Hamburg. Nein, Hamburg weiß ich jetzt nicht, sagen wir mal, bleiben wir mal in Bayern, aber in München zum Beispiel, hat es in jeder Kirche derselbe Predigt-Text. Und darüber kann man sich wunderbar erchauffieren, zu sagen, meine Güte, was haben Sie denn da schon wieder rausgesucht? Und da geht man natürlich ins Gespräch. Wie siehst du das? Wie früh genug bekommt man den? Wie viel Zeit haben Sie denn, dass ich darauf rauskomme? Das ist ja lang, das ist auf sechs Jahre im Voraus, kann ich schon sagen, was da rauskommt. Nee, aber realistisch gesehen schaue ich mir das zwei Tage vorher an. Ich habe ja auch einen vollen Zeitplan und dann geht's los. Ohne Witz, da ist wirklich, jetzt thematisch sind so viele Predigt schon vorgeplant. Ja, sechs Jahre im Voraus. Ja, zumindest der Text ist da. Okay, jetzt stutze ich gerade. Da hat sich dann ja irgendjemand richtig Mühe gegeben. Und da gibt's ein Auswahlgremium. Das ändert sich auch dann, eben alle sechs Jahre kommt dann wieder eine neue Perikopenordnung. Ein wunderschönes Wort. Okay. Ich versuche es mir zu merken, Perikopenordnung. Ja, ja, auch wenn sich die Leute gerne ja mal beschweren über diese altmodischen Lieder, die ja teilweise gesungen werden. Ja, ja, also ein Lied wird mir da schon vorgegeben. Das sogenannte Wochenlied ist dann auch um 90 Prozent etwas, was ich auch erstmal bei YouTube eingeben muss, weil ich das noch nie gehört habe. Und dann, den Rest darf ich dann selber aussuchen, was die Musik angeht. Aber das eine Lied, das ist auch vorgegeben. Und dann schauen Sie ein bisschen in Ihr Privatleben, auch in das gesellschaftliche Leben, in das politische Leben, in das, kann man das auch alles ein bisschen mit reinnehmen? Ja, Logo, also ganz wichtig. Man ist nicht fern von der... Logo, also ich, also Predigt ist immer irgendwie auch politisch. Zumindest, ich gebe jetzt keine Wahlempfehlungen von der Kanzel, natürlich nicht, aber das Tagesgeschehen, natürlich, klar, ist ja das, was uns eben beschäftigt, was mich auch beschäftigt. Sie haben gesagt, drei Amtsstellen gibt es hier in der Dreifaltigkeitskirche. Ist es dann aufgeteilt von den Aufgabenschwerpunkten, oder? Also es ist erste, zweite, dritte Pfarrstelle. Ich glaube, das ist oftmals sehr missverständlich. Aber die erste Pfarrstelle, die beinhaltet die Geschäftsführung bei uns. Das heißt, die Sekretärin, Hausmeister, dieses ganze Personalverantwortungsthema ist darauf. Die zweite Pfarrstelle hier ist für die Kinder- und Familienarbeit als Schwerpunkt. Und meine Stelle ist für die Konfirmandenarbeit und, ja, das schillernde Wort Kirchenferne, ein furchtbares Wort, wie ich finde. Für die Kirchenfernen bin ich auch noch zuständig. Das heißt zum Beispiel für mich, ich bin jetzt nicht evangelisch, nicht in der Kirche, das heißt... Sie sind mein Schäfchen, genau. Also es geht da echt um die Leute, ich glaube, das ist so diese Altersstufe zwischen 25 und 55. Also die, die oftmals, ja, nach der Jugendarbeit klassisch oder zum Studieren oder zur Ausbildung weg sind und dann erst mal, die Kirche spielt jetzt keine Rolle mehr. Viele kommen dann wieder, wenn sie Kinder haben, für den Kindergottesdienst, aber auch manche nicht. Und dann erst wieder so, ja, wenn man Richtung 60 geht, dann tauchen sie wieder aus. So, das heißt, ich bin 56 und dann bin ich ein verlorenes Schäfchen, oder? Scheiße. Das heißt, ich bin nicht mehr Zielgruppe fürs Engagement, ich bin schon verloren. Nö, 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 gar nicht. Sie können jederzeit wieder kommen oder noch ein bisschen warten, dann können sie nicht in die Ohrenarbeit übergeben. Und die ganzen anderen Themen wie Taufe, Gottesdienst, Betreuung, das macht ja auch. Das ist für uns alle da. Da haben wir, entweder ist es nach Tagen aufgeteilt oder nach, bei uns läuft es jetzt mit den Tagen, manche ist es nach Sprengel aufgeteilt. Also, dass die unterschiedlichen Ortsteile zu einer Person gehören, das ist es immer. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das mache ich besonders gerne? Also, das entspricht echt meiner Mentalität und meinem Charakter und wenn ich das mache, dann freue ich mich besonders? Ja, also, ich taufe sehr gerne, ich traue sehr gerne, ich bestatte auch sehr gerne, da gucken die Leute immer ganz irritiert, aber ich mache gerne diese Sachen, wo ich viel mit Menschen persönlichen Kontakt habe. Also, ich halte auch gerne einen Gottesdienst, das ist jetzt nicht so, das ist auch schön. Und ich arbeite gerne kreativ. Also, das mit diesen Formaten, diesen neuen Formaten, die man da so erfinden kann, darf und auch das sehr gefördert wird von meiner Landeskirche, das macht mir schon Freude. Okay. Und da ist es gerne mit Menschen zusammen, da ist es auch egal, ob es einem Trauermoment geht oder um einen fröhlichen Moment. Ja, es ist ganz unterschiedlich natürlich, die Situation, aber ja, ich möchte gerne nah bei den Menschen sein und ihnen einerseits helfen, andererseits eben sie auch begleiten. Ich glaube, dieses Begleitungsthema ist es, da zu schauen, wie komme ich gut über die nächste Schwelle oder in Situationen klar. Das ist schön. Braucht es dann danach auch besondere Momente, um das zu verarbeiten, selber, persönlich? Nicht immer, aber natürlich gibt es diese Momente, wo man da sitzt und erstmal schlucken muss oder einen Moment braucht. Und da ist es, einerseits ist der Glaube sehr hilfreich, denn ich kann es immer abgeben. Das ist etwas, was sehr heilsam ist. Andererseits steht uns Pfarrerinnen und Pfarrer in Supervision zu. Das heißt, ich darf auch professionell mit jemandem sprechen. Ich habe ein wunderbares Kollegium, mit denen kann ich sprechen. Ich habe einen ganz tollen Mann, der hat auch immer ein offenes Ohr. Aber also, ja, ich glaube, man macht sehr viel auch natürlich mit sich selber und mit seinem Gott aus. Ja, klar. Aber wahrscheinlich ist es dann auch eine Aufgabe, es nicht alles immer mit ins Privatleben rüberzunehmen, dass das überhaupt noch vorhanden ist. Das funktioniert mal mehr, mal weniger. Ja, das liegt aber auch daran, dass wir Pfarrerinnen und Pfarrer haben ja keine Arbeitszeiten. Also wir haben jetzt nicht einen 9-to-5-Job. Wir haben die sogenannte oszillierende 48-Stunden-Woche. Ein sehr schillernder Begriff und auch eine sehr schillernde Zeitangabe. Also es oszilliert leider selten nach unten. Also deswegen, ja, privat und beruflich verflechtet sich sehr im Pfarrdienst. Also jetzt bin ich noch in der privilegierten Position, dass ich nicht im Pfarrhaus wohne. Das sieht jetzt auch, glaube ich, jeder Pfarrerpfarrerin anders. Ich finde das ganz gut, weil es nicht so prominent an einer Stelle ist. Aber klar, also ich gehe hier in den Drogeriemarkt und werde natürlich angequatscht. Ach, wie schön, dass ich Sie treffe. Können wir nicht noch ein Taufgespräch ausmachen? Und das ist klar, das gehört dazu. Okay, das ist genauso am freien Tag. Also entweder muss man sich darüber Gedanken machen, dann nicht in die Apotheke oder zum Bäcker zu gehen? Genau, also Freitag ist mein freier Tag und ja, manchmal sage ich es auch, wissen Sie, heute habe ich frei, rufen es doch morgen nochmal an oder je nachdem. Aber ach ja, es passt schon. Also meistens passt es schon. Vor allem, Sie sind gerne mit Menschen zusammen. Insofern gibt es die Momente, vielleicht wo man dann sagt, jetzt geht es gar nicht, sind eher geringer. Ja, ja, klar. Ein Unterschied, den ich merke noch zu meinen Münchner Zeiten, ist zum Beispiel, in München war es mir vollkommen wurscht. Da bin ich mit einem komischen Dutt auf dem Kopf und in einer Jogginghose mal in den Edeka gelaufen. Das mache ich jetzt hier nicht mehr, weil es natürlich kleiner in Kopfbäuern ist und da erkennt man dann einen eher. Und dann denke ich mir, ach nee, das muss jetzt doch nicht sein. Wobei, ich habe gesehen, Sie haben einen eigenen Instagram-Account und posten da ja auch private Bilder. Genau, ich mache privat und beruflich mische ich da gerne, ja. Genau, also in ganz unterschiedlichen auch Situationen und so weiter. Das heißt, da geben Sie auch Privates, Persönliches von sich. Klar, wie gesagt, also für mich gehört es sehr zusammen. Also ich bin auch im privaten Pfarrerin. Das ist, ich glaube, das ist dieses Berufungs-Beruf-Thema. Also ich bin es immer, weil es zu mir dazugehört. Und das, glaube ich, macht mich einerseits sehr authentisch, aber andererseits ist es natürlich auch stressig teilweise. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Beruf, Berufung, dann ist es mehr Berufung als Beruf. Ja, meistens schon. Ja, doch, also ich würde sagen, meistens schon. Es gibt Phasen, wie auch bei diesem Glaubensthema vorhin. Und es gibt Phasen, da denke ich mir, nee, das ist aber heute nur mein Beruf. Danke. Ich möchte nach Hause, mache ich die Tür zu und dann ist gut für heute. Ja, das ist gleich. Klar. Und jetzt, 22 sind Sie ja hier in Kaufbohren eingeführt worden, ist Ihre Heimatstadt. Wie ist denn das? Wie lange darf man dann hier bleiben? Ist es dann hier, wenn man möchte, ein Job auf Lebenszeit? Oder gibt es auch eine hierarchische Versetzung, dass irgendjemand sagt, jetzt kommst du nach, keine Ahnung, nach Nürnberg oder nach München? War tatsächlich, ganz, ganz früher war das mal so. Das ist natürlich nicht mehr so. Zehn Jahre darf man bleiben und dann muss man vor dem Kirchenvorstand vorsprechen, ob sie einen noch haben wollen, ob sie verlängern. Beziehungsweise man meldet dann an, ich möchte gerne wechseln, ich möchte woanders hin. Aber so zehn Jahre darf man erst mal ohne Probleme bleiben oder ohne, dass sich irgendjemand fragt oder sonst was. Wegbewerben darf ich mich natürlich immer. Das ja. Aber die Frage ist jetzt erst mal obsolet, ob irgendeine andere Zukunftsplanung da ist. Jetzt möchte ich erst mal bleiben, ja. Wäre ja auch. Nein, und es ist ja auch praktisch. Man ist hier groß geworden, wohnt hier. Klar, also meine Familie ist hier, das war auch ein Grund, weswegen ich hier wieder zurück wollte. Also mein Mann ist mitgekommen, für den war das, glaube ich, eine Umstellung. Der ist in München geboren, zwar in Baden-Württemberg aufgewachsen, aber trotzdem, der war immerhin dann in München. Und das ist dann schon so ein bisschen für ihn, man fällt vom Rand der Welt. Aber der hat sich hier gut eingelebt und ist, glaube ich, auch sehr gerne jetzt hier und wir würden gerne erst mal bleiben. Na, und da verrate ich ja wahrscheinlich nicht so viel Privates. In Zukunft werden Sie auch zu dritt sein. Zu dritt, ja. Es ist nur eins drin. Es ist nur eins. Genau, genau. Das heißt, es ist ja auch schön, wenn er erst mal alles da nimmt. Ja, klar. Natürlich. Das ist jetzt das nächste Abenteuer, was noch dazukommt. Also mit Baby dann und dann schauen wir mal, wie man da die Prioritäten setzen wird. Aber Sie freuen sich drauf. Ja, na klar. Auf jeden Fall. Es ist alles ein bisschen stressiger, aber hat man dann erst mal weniger Stunden? Ja, also das kann man machen, wie man möchte. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade dann im Mutterschutz und dann werde ich auch ein bisschen Elternzeit nehmen. Und dann, muss ich ehrlich sagen, wollte ich erst mal schauen, wie das Baby so ist und dann entscheiden, wie ich weitermache. Also das ist jetzt meine erste Aufgabe. Angucken, schauen, was passiert und dann entscheide ich, wie viele Stunden, was geht. Und dann geht, mei, das ist schon ein Vorteil am Pfarrdienst. So viel Zeit, wie man dafür aufwendet, so flexibel kann man sich natürlich Termine auch legen. Was ein bisschen blöd ist bei uns, wir haben ein Schulkontingent. Sechs Stunden unterrichte ich. Da muss ich mal schauen, ob ich das nicht vielleicht weglasse. Aber alles andere, also mei, ob ich jetzt ein Taufgespräch um 11 Uhr vormittags oder um 17 Uhr ausmache, das liegt ja in meiner Verantwortung. Und man kann viel im Büro sitzen und das Büro kann ich aber natürlich auch nach Hause verlegen. Und somit hoffe ich, zumindest in meiner naiven kleinen Vorstellung, dass ich das schon, das wird schon alles klappen. Na, und wenn es genauso lebendig und agil ist wie die Mutter, dann hält es sowieso auf Trab. Das auf jeden Fall. Nein, aber dafür dann alles Gute auf jeden Fall. Ja, danke schön. Das ist genauso leidig wie geplant. Aber dann erstmal hier vor Ort. Wie schaut es aus mit Jugendarbeit? Ist das auch Teil? Weil die Kirche hat ja schon auch Probleme, glaube ich, so ein bisschen mit Nachwuchs. Na, voll. Also es gehört ja die Konfi-Arbeit, die Konfirmandinnen an. Und Konfirmandenarbeit ist auf meiner Stelle. Das sind junge Menschen ab 13, 14. Also das ist genau dann, wenn sie in die Jugend übergehen danach. Und klar, die Menschen zu begleiten, ist eine wunderschöne Aufgabe, denen auch zu vermitteln. Es gibt mehr als, ja, was man auf TikTok und Instagram so sieht. Und du bist wertvoll, so wie du bist. Und diese ganzen christlichen Inhalte zu zeigen, aber auch einfach eine schöne Zeit zu haben. Also ein Spezi zu trinken oder mal was Nettes zu machen. Jugendarbeit ist nicht auf meiner Stelle, aber wir machen natürlich, das macht die Kollegin bei uns zur Zeit noch. Aber ich mache überall gerne mit. Also das ist ja, das ist etwas, was hier in Kaufbeuren super läuft. Also das kollegiale Verhältnis ist super. Und da fühlt sich jetzt niemand auf die Füße getreten, wenn man mal in den anderen Arbeitsbereich mit eintritt. Na, Sie strahlten auch gleich, also die ganze Zeit. Aber ich meine, wir machen jetzt einen Audio-Podcast. Insofern sieht man ja nichts aus. Aber beim Thema Jugend noch mal ein größeres Strahlen. Also es scheint ein wichtiges Thema zu sein. Voll. Also ich sehe das ganz wichtig. Ich glaube, jede Altersgruppe ist wichtig. Aber Kinder, dann dieses Pubertäts- und dann das Jugendalter, das prägt halt total. Das prägt einfach das ganze Leben. Und da zu schauen, wie die Menschen gut abgeholt werden und ohne Zwang, das ist mir ganz wichtig. Weil Kirche ist immer was Freiwilliges, Schule ist, was für viele gezwungen ist. Kirche soll dann schon auch echt was sein, wo man aufatmen kann. Und das versuchen wir zumindest. Die Kinderjugend hat sich ein bisschen verändert, auch vielleicht durch die ganze Smartphone-Zeit und so weiter. Wie offen sind Sie dann, über Kirche, über Glauben zu sprechen, über Charakter, über Gemeinschaft? Ja, die sind schon nach wie vor sehr offen. Und ich finde, dieses Smartphone-Zeitalter schließt sich überhaupt nicht mit Kirche aus. Es gibt einen großen Arbeitsbereich, die digitale Kirche. Da würde ich gerne auch, wenn ich dann wiederkomme, nach Babypause, auch viel mehr mich reinfuchsen. Ich kriege nämlich einen Stelleneinteil von 25 Prozent für die digitale Kirche. Soll heißen, eben auch über Instagram, über die Socials Menschen zu erreichen. Also wirklich aktiv. Sei es jetzt, das was ich eh schon mache, so ein bisschen Alltag begleiten. Aber auch Formate, meist sind es ja dann für junge Menschen zu finden, wo irgendwie geistlich Inhalte vermittelt werden. Und dann auf TikTok und da muss man lustig sein. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Also ich bin mit Wir sind Kaufbauer und bin ich ja eigentlich auf den meisten Formaten vertreten, bis auf TikTok. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich finde mich jetzt nicht lustig. Und da irgendwelche Filme zu posten, das wird sicherlich nicht einfach. Ich finde es vor allem in der Kürze, das ist das Problem. Man redet doch so gerne als Pfarrerin. Schauen wir mal, ich weiß auch noch gar nicht, was mein Format da sein wird. Da muss mich noch, die Muse nicht, aber der Heilige Geist vielleicht tutchen, um herauszufinden, was dann der Weg ist. Aber ich finde es cool, dass die Kirche das auf jeden Fall fördert. Ja, finde ich auch. Und man kommt ja auch, glaube ich, nicht drumherum. Denn das ist ja das Medium, wo ich die Menschen auf jeden Fall, auch die Jüngeren auf jeden Fall erreiche. Voll und ja, es ist natürlich die Bubble, in der ich mich jetzt bewege. Aber wenn ich mal jetzt schaue, was da schon teilweise für Schabernack gepostet wird. Also man hat es ja jetzt vielleicht auch durch die Wahl in den USA mitbekommen, dass da wirklich teilweise Erz, 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 konservative, evangelikale Inhalte, teilweise mit unmöglichen Frauenbildern oder Männerbildern, propagiert werden. Und da so ein bisschen dagegen zu steuern, das fände ich schon auch ganz spannend. Absolut. Nämlich diese Brücke gleich auf, die Kirche befindet sich in der Krise. Sowohl die katholische als auch die evangelische, glaube ich, oder? Na klar. Das wird gesellschaftlich nicht getrennt. Also muss man sagen, wenn man von der Kirche spricht, spricht man zwar oft von der katholischen Kirche, aber wir Lutheraner werden mitgedacht. Das ist wirklich oft so. Wenn man sich die Kirchenaustritte anschaut, sind sie ja... Ja, das ist... Gewaltig. Wenn man das hochrechnet, dann fragt man sich ja fast rein schon mathematisch, was bleibt am Ende von der Kirche über? Ist dieser Prozess irgendwann umkehrbar oder aufhaltbar? Naja, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, dass die Kirche sich verändern muss und dass man auch differenzierter auf die Zahlen blicken muss. Einerseits sind es sehr viele Babyboomer-Jahrgänge, die ja einfach jetzt dann auch irgendwann wegfallen. Ich sehe es ja auch im Kollegenkreis. Also der Nachwuchs von uns, der schwindet. Es kommen jetzt nicht so viele nach. Das sind alles... Überall wird es dünner, nicht nur bei den Mitgliederzahlen. Ich weiß nicht, wo es hinläuft. Ich glaube, das Beste ist, zu schauen, was wollen die Menschen. Und was wollen auch die Menschen, die ausgetreten sind. Also mit denen versuche ich oft, ins Gespräch zu kommen. Manche natürlich lehnen das ab. Oder jetzt, wo ich sage, die Sache mit der Kirchensteuer zum Beispiel, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Da denke ich mir immer, das ist ja nicht so, dass die Leute jetzt den Glauben verloren haben. Aber wenn jetzt jemand sagt, nee, ich glaube nicht mehr aus dem und dem und dem Gründen, das finde ich dann mehr spannender, als, muss ich sagen, wenn es aufs Geld geht. Das ist dann so, ja, okay, gut, kann ich verstehen, verstehe ich alles, aber guter Mann für dein Netflix-Abo und dein, keine Ahnung, XY zahlst ja auch was. Also, hat sich das ein bisschen verlagert, das Finanzielle und das Glaubensthema oder das? Also ich glaube, was da ein großer Punkt natürlich war, waren die Missbrauchsskandale. Also das ist ein ganz häufiger Punkt, wo die Säulen sagen, jetzt stinkt es mir so gewaltig. Also einen Verein unterstütze ich nicht mehr. Und da bleibe ich auch noch stehen und sage, klar, Leute, voll kann ich nachvollziehen. Andererseits stehe ich da, bleibt und wir verändern gemeinsam was. Warum hat sich die Kirche so schwer damit getan? Also jetzt differenzieren wir von mir aus gar nicht mal, also so genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus, ob man differenzieren kann. Wer ist da besser mit, warum tun die sich so schwer? Ja, ich glaube... Also wie viele Jahre hat es auch gebraucht, bis sie sich erstmal überhaupt mit dem Thema beschäftigt? Überhaupt, das ist, ja, das ist einerseits, ist mir auch unverständlich. Ich kann da gar nichts anderes dazu sagen, es ist mir komplett unverständlich. Das ist so viel schief gelaufen. Da sind Juristinnen und Juristen, glaube ich, auch dahinter, die, das durchsteige ich nicht, warum es so lief, wie es lief. Die das auch erstmal den Prozess geprägt haben. Ja, natürlich, und gebremst haben auch teilweise. Ich kann nur sagen, was wir jetzt machen können, und das ist etwas, was wir jetzt gerade machen, wir erstellen ein Schutzkonzept, also so ein präventives Schutzkonzept, dass wir unsere Räumlichkeiten anschauen und sagen, wo fühle ich mich zum Beispiel auch, jetzt sagen wir mal, abends im Dunkeln nicht wohl, oder zu sehen, wo sind so Schnittstellen, wo ich sage, nee, das geht jetzt nicht mehr, was früher noch ging, dass sich die Frau vom Besuchsdienstkreis im Altenheim halt einfach aufs Bett setzt und dann jemanden antätschelt, das geht jetzt heutzutage nicht mehr, also ohne Konsens. Also auch die Mitarbeitenden zu schulen und, was mir der größte Punkt ist, glaube ich, das Thema Macht. Also die Kirche hat es lange Zeit eine unglaubliche Macht und da mit Macht geht immer auch Machtmissbrauch einher und da zu schauen, wie kann man da Hierarchien abbauen, wie kann man besser draufschauen und das ist ein Riesenpunkt. Ist das, sprechen wir jetzt gerade über Ihre persönliche Meinung oder ist das auch... Ich glaube, das ist Tenor in der Kirche, eigentlich nicht, ich glaube, ich weiß, das ist Tenor in der Kirche, aber es ist auch meine persönliche Meinung, das ist überlappt. Und dann sind wir, wenn wir von Kirche sprechen, dann sind wir nicht auch nur in Kaufbohren, in Anführungsstrichen, sondern von mir aus bei der Landeskirche oder... Genau, ich spreche jetzt mal, also ich könnte jetzt für die evangelische Kirche in Deutschland, das ist der Tenor dort. Okay. Und hatten Sie Kontakt zu Missbrauchsfällen? Ja, also jetzt nicht hier. Ich hatte es noch im Studium, hatte ich zwei Kommilitoninnen, die da, ja, wirklich bescheuerte Erlebnisse hatten. Und ich muss sagen, also das Thema Machtmissbrauch, das kann ich schon noch selber. Also, dass man manchmal zu Altvorderen kommt, die wirklich meinen, einen in die Schranken zu weisen. Das hat jetzt nicht so eine sexuelle Implikation dahinter, aber man kommt sich manchmal schon wie ein kleines Würmchen vor. Und das darf nicht mehr sein. Das darf heutzutage nicht mehr passieren. Das hat ja auch in den 70ern nicht passieren dürfen. Aber das ist immer noch manchmal der Gedanke, ich als Pfarrer oder ich als Amtsperson bin, dir überlegen. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Gespräch zu diesem Thema mit jemandem geführt und da kam von der Seite aus, ja, aber die Gesellschaft war so oder es war halt der Zeitgeist. In den 60er, 70er Jahren hat man von mir aus geschlagen und so weiter, jetzt nicht als Rechtfertigung, aber es war so. Und dann habe ich erwidert, ja, aber die Kirche muss ja irgendwie anders sein. Also, wenn die Kirche nur dem Zeitgeist entspricht und keinen höheren moralischen Anspruch hat, wofür brauche ich dann die Kirche? Also, das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, oder? Also, ich meine, der Pfarrer, also natürlich sind es Menschen, aber ein Stück weit muss der Pfarrer oder der Kirchenvertreter charakterlich einwandfreier sein als... Man sollte es so annehmen, ja, auf jeden Fall. Ich sehe es schon auch so, also, was heißt charakterlich einwandfrei? Niemand ist sehr... Ich weiß nicht, welche Worte man... Ich weiß schon, ich weiß schon. Aber das... Nee, aber, also, sowas darf sich eigentlich niemand erlauben, es darf sich auch kein Lehrer erlauben oder sonst was. Also, das sind, es gibt, glaube ich, schon so... Es geht mir auch so, ich möchte, wenn ich in einer Kirche bin oder in einer Gemeinde bin, ist das für mich ein Schutzraum. Da öffne ich mich ja. Und wenn da was, wenn da eine Person ist, die das ausnutzt, das ist eigentlich das Widerlichste, was du machen kannst. Ja, und es passt ja auch nicht zu Gott. Also, für mein Verständnis ist Gott das Reinste und Beste von mir aus, was es gibt. Insofern sollte es ja irgendwo auf der Erde mit den Menschen, die für ihn einstehen, auch ein wenigstens in die Richtung gehen. Voll, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also, sowas darf nicht passieren, aber wenn es passiert, der Umgang dann damit. Das Vertuschende, das dann auch noch, oder noch schlimmer, das Zurechtfertigende, das ist ja das, was, glaube ich, auch sehr viele Menschen mich auch auf die Palme bringt. Also, da ist was Schlimmes passiert und dann nicht dafür einzustehen, das macht mich wütend, das macht viele Menschen wütend und das verstehe ich auch nicht. Letzten Endes sind wir, jetzt im Lutherischen kann ich sagen, sind wir alle gleich. Also, wir haben Priestertum aller Gläubigen, heißt es. Ich bin jetzt nicht heiliger als Sie oder als die Zuhörenden jetzt oder wer auch immer. Deswegen, ich bin heilig und sündhaft gleichermaßen, aber natürlich bemühe ich mich ein, das klingt jetzt so steif, ein gottgefälliges Leben, aber ein moralisch integres Leben zu führen. Ja, und auch nicht zu rechtfertigen, oder? Genau. Von mir aus zu sagen, ja, aber das hat in den und den Institutionen, hat das ja auch stattgefunden. Das macht es ja eher noch schlimmer, dass es überall war. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das stimmt, aber das ist für mich kein Rechtfertigungsgrund. Eigentlich müsste man sagen, aber schaut mal auf uns, Kirche, wir haben das toll gemacht. Und haha, eben überhaupt nicht. Haben Sie das Gefühl, dass sich mittlerweile etwas verändert, dass da wirklich ein anderes Bewusstsein da ist? Total. Also ich sehe total, wenn jetzt sowas, ich sehe es jetzt nur in diesem Machtmissbrauchthema, wenn da was passiert und ich melde mich an eine Stelle, da wird da sofort interveniert. Auch bei, wenn ein sexuelles Vergehen passiert, ist sofort, haben wir eine Hotline, wo man anrufen kann, du wirst sofort weitergereicht in Juristinnen und Juristen. Also da ist sofort eine ganz große Neudeutsch-Awareness. Also ganz viel ist da da. Da muss ich jetzt schon mal die Kirche loben. Weil oftmals mahlen die Mühlen so, so langsam bei uns, aber das Thema wird jetzt gerade schon echt aufgearbeitet. Ist es dann schade, dass, mir fallen jetzt nur katholische Bischöfe, Entschuldigung, aber es stehen ja so ein paar in der Öffentlichkeit, die sich dann auch nicht positiv äußern oder die von mir aus Gutachten zurückhalten und so weiter. Ist es dann schade, wenn sich wirklich viel verändert, dass Sie dann vielleicht für etwas stehen, was vielleicht gar nicht mehr ist? Ja, also natürlich für mich persönlich finde ich das dann schon manchmal schade und da falle ich dann auch in diese Rechtfertigungsfalle rein und sage, Leute, das betrifft jetzt nicht mich, die sind die anderen und das möchte ich eigentlich gar nicht machen, aber das ist glaube ich sowas sehr Menschliches, was passiert. Und klar, das ärgert mich dann auch. Also ich verstehe es auch nicht. Das ist wieder dieses Problem, was wird zurückgehalten? Na klar, kann man nicht alles offenlegen, manche Namen müssen gesperrt, das ist ganz klar. Ja, aber dass man da transparenter damit umgeht, weil das natürlich eine Öffentlichkeit bewegt, die Teile, die irgendwie auch wissen wollen, was ist denn nun Sache, verstehe ich nicht. Ja, und die dann auch eine Öffentlichkeit bekommen und vielleicht meinungsbildend sind und vielleicht gar nicht mehr die Realität abdecken, weil vielleicht die Kirche, so wie Sie sagen, sich schon ein Stück weit verändert hat, positiv. Ja, aber das ist auch etwas, was wieder mit so, ja, die Kirche hat manchmal ein Problem mit der Öffentlichkeitsarbeit. Das muss man schon sagen. Also intern kriege ich natürlich sehr viel mit, man wird zupombardiert mit Mails oder mit Newslettern. Aber was kommt bei der Öffentlichkeit an? Natürlich immer nur ein Müh des Ganzen. Und das ist teilweise sehr schade. Also da zu sagen, Leute, wenn man gute Arbeit macht, darf man sie auch mal mit Stolz präsentieren. Ja, und die Kirche ist ja jetzt nicht auch nur die Kirche an sich, sondern sie haben ja ganz viele auch Institutionen herum, vom Kindergarten über was weiß ich nicht. Die Diakonie gehört zur Kirche. Wir haben Kindergärten, Altenheime, Schulen, es gibt evangelische Schulen. Also es ist ein riesen Komplex, ganz viele soziale Dienste, die geleistet werden über die Kirche. Das heißt, es gibt ja die ein oder andere Stimme, da brauchen wir die Kirche heutzutage noch, es würde schon eine ganze Menge wegfallen. Total. Und oftmals gibt es dann diesen Wunsch, ja, zum Thema Kirchensteuer, ich würde dann mein Geld an eine Institution weitergeben, die auch das leistet, was die Kirche macht. Und jetzt muss ich mal sagen, mit Verlaub, das gibt es leider nicht. Also, oder Gott sei Dank, wie auch immer man das sieht. Also die Kirche ist schon rein von der institutionellen Organisation sehr gut organisiert. Und das ist ein Beamtenapparat natürlich, der dahinter steckt in Deutschland, aber der funktioniert meistens ganz gut und leistet auch echt tolle Arbeit. Wenn er viel Tolles leistet, was ich wirklich glaube, aber das Geld wird ja immer weniger durch die Kirchenaustritte, die Kirchensteuereinnahmen, geht es nicht rückläufig, ist der Apparat auf Dauer so finanzierbar? Das ist auch meine kleine große Angst. Nee, aber ich habe es persönlich gemerkt, also ich bin in Kaufbeuren jetzt seit zwei Jahren und meine Stelle wurde mir gekürzt, wurde mir halbiert. Liegt unter anderem auch damit, dass halt, ja, wir werden weniger Menschen und jeder Kirchengemeinde sind für die und die Anzahl an Gemeindeglieder so und so viele Pfarrstellen zugeordnet. Das macht jetzt nicht, ich habe mich anderweitig organisiert, eben jetzt über dieses Social Media, was sich da jetzt kommt, aber trotzdem klar, das macht einem schon Angst. Das ist auch sehr schade, weil eben der Pool wird kleiner, mit dem man arbeiten kann und man muss auch Dinge, man muss investieren, um was Gutes zu erreichen. Wie groß ist das Gemeindegebiet? Ja, also von der Dreifeiligkeitskirche sind so 6.500 Gemeindemitglieder. Okay. 6.000, also es schrumpft dann schon. Ja, es schrumpft. Andererseits, wenn das in Anführungsstrichen Personal eher weniger wird, die Stunden eher weniger werden, sind es auch viele Menschen, die man irgendwo erreichen muss, wo es auch das Flächengebiet, das ist... Also es ist das Kaufbeurenstadt, Neugabel, das ist ja ausgeklammert, die haben ja ihre eigene Gemeinde, genau, die Christuskirche, dann gehört bei uns dazu. Die ganzen Dörfer, also wir gehen, glaube ich, bis nach Beisweil heißt es, so, jetzt kommst du. Das ist dann das Gebiet, dann Altdorf, Biesenhofen, wie heißt denn das, was da alles kommt, dann Apfeltrang, Friesenried, ja genau. Das ist alles unser Einzugsgebiet und unsere, also das passiert mir auch, dass ich dann da hinfahre, wenn ich dann irgendein Gespräch führe. Gespräch führen, auch Gottesdienst führen? Vor allem sind es halt Beerdigungen auf den Friedhöfen dann dort. Gottesdienste haben wir, und das finde ich sehr logisch, da werde ich mir bestimmt jetzt keine Freunde machen, wir haben eine ganz tolle Kirche und ich finde, die wird dann geheizt und dann kommt man da hin. Na klar könnte ich jetzt auch in einer Friesenried in die katholische Kirche mich einmieten oder in irgendwelche anderen Außenorte, das kann man auch mal machen. Ich finde es immer, das ist ein extremer organisationischer Aufwand. Ich brauche einen Mesner, ich brauche jemanden, der mir die Mikrofonanlage erklärt und im heimischen Gefilde kenne ich mich aus. Früher wurde das aber noch gemacht, dass man wirklich außerhalb, in den ganzen Dörfern auch mal einen evangelischen Gottesdienst gehalten hat. Jetzt werde ich die Zuschriften kriegen, weil ich eine ganz blöde Frage stelle, haben die dann vor Ort keinen Gottesdienst? Doch, ist da irgendjemand? Ja, katholisch ist auch immer, katholisch, aber evangelisch nicht. Die katholischen bespielen das, also denke ich, glaube ich zumindest, ich glaube schon noch relativ regelmäßig, ja. Aber evangelisch nicht. Es ist mit Corona aufgegeben worden und ist nicht wieder aufgelebt worden und ich glaube, da mache ich mir jetzt keine Freunde, aber ich finde es ganz logisch. Wenn man, also da sitzen halt dann 10, 15 Hansel und man feiert schon, also in Gemeinschaft ist Gottesdienst schöner und wenn die alle an einen Ort kommen, zentral, dann ist es besser. Plus beheizt. Plus beheizt. Und es ist ja auch eine schöne Kirche, das kommt ja noch hinzu. Ja, total, finde ich auch. Und es gibt ja über die Gottesdienste auch ein tolles Programm, auch ein tolles kulturelles Programm, was dort gemacht wird. Absolut. Und vielleicht noch eine Lanze brechen. Wir haben, wir, immer wenn jemand dann sagt, ich kann nicht fahren, bitte anrufen. Wir rufen, wir haben schon so, wir kommen dann schon. Also wir haben immer ehrenamtlich, die sagen, ja, da sammle ich mal jemanden ein. Ich dachte, es kommt in diese, jetzt habe ich den Fachbegriff, was haben Sie gesagt, Otto, Axel, 48 Stunden. Oszillieren, der Taxidienst. Das kommt dann mit da rein. Ruf mich an und ich komme vorbei. Ja, das ist auf jeden Fall, das schauen wir mal. Sag, nein, aber das, also das Einzugsgebiet ist extrem groß. Total. Und, na gut, und wenn die Stellen dann eher weniger werden? Ja, es ist, man möchte ja auch meinen, wenn die Leute weniger, wird die Arbeit weniger, aber Verwaltung und das alles fällt ja trotzdem an. Also das ist ja nicht unbedingt, das ist eine Milchmädchenrechnung manchmal, dass man sagt, dann wird es ja weniger. Nee, stimmt leider nicht. Aber wir haben ja jetzt so ein paar auch negative Dinge der Kirche besprochen und so weiter. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, als ändert das bei Ihnen was am Glauben oder an Ihrer Einstellung oder an der Emotionalität oder an der Freude an dem Job, sondern das ist, muss man halt mit fertig werden. Das ist eine Herausforderung, würde ich sehen. Also es ist, ich glaube, es fordert auch heraus, aber, und das ist jetzt vielleicht auch, ich bin ja noch nicht so lange mit dabei, weil ich kenne es ja auch nicht anders und das ist, glaube ich, ein Vorteil. Ich glaube, der Schmerz ist für die älteren Kollegen und Kolleginnen ganz groß, aber auch für die Gemeindelieder. Das ist, für mich ist das nochmal was anderes, weil ich sage, ich arbeite gerne kreativ. Ich denke mir auch, Leute unter Druck entstehen, Diamanten, das ist grausam, aber zu sagen, wir schaukeln das schon. Und letzten Endes wird es Gott schon richten. Also klingt es immer so naiv, aber ich glaube schon, wenn man da mit Glauben dahinter steht, dann passiert da was. Und das ist wahrscheinlich eine große Aufgabe, den Menschen diesen Glauben auch noch mehr oder intensiv zu vermitteln, dass andere auch merken, wie es Kraft gibt und wie es zum Teil oder zum Leben dazugehören kann. Total, ja. Und Sinnsuche oder die Suche nach mehr im Leben ist ja bei allen Menschen irgendwie da. Ja, auch beim Hardcore-Atheist, der sagt, der ist ja auch reflektiert und sagt, ich habe mich damit beschäftigt, ich lehne es ab. Und da bin ich auch fein damit. Aber eben zu sehen, da ist ein Glaube, der kann mir was geben, da sind auch Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann oder Gemeinschaft erleben kann. Das ist mir schon, ich glaube, dass es da viele Menschen geben könnte und auch gibt, denen das ein besseres oder auch glücklicheres Leben gibt. Vielleicht ist das auch der Ansatz, weil früher, wir haben über Macht gesprochen, da ist viel über das Thema Macht gelaufen. Vielleicht läuft es jetzt über Gemeinschaft, Fröhlichkeit, Unterstützung, Glaube und so weiter. Ja, und Sinnhaftigkeit, glaube ich. Ja, genau. Irgendwie was Gemeinschaftliches auch. Ja, voll. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, früher, wir sind, von meiner Familie sind wir auf Ameland viel im Urlaub gewesen, wenn man dort die Gottesdienste auch gesehen hat. Man stand dort mit seiner gelben Regenjacke und es wurde gelacht und es wurde laut gesungen und es war meistens auch irgendwie eine Band oder ein Chor da und so weiter. Das war schon eine lockere Atmosphäre da. Ja, und das auch wieder neu zu erleben. Ich glaube, das war jetzt hier wahrscheinlich nicht so, das ist hier sehr klassisch noch und das ist auch voll in Ordnung, aber herzustellen, dass da die ganzen Barrieren mal abfallen. Also zu sagen, es gibt keine Art und Weise, wie du kommen kannst, dass du falsch bist. Das wäre sowas, das zu sagen. Also das ist, du bist gut so, wie du bist und so darfst du kommen und dann finde dich hier ein und wir finden uns mit dir ein. Das ist so ein Punkt, glaube ich. Das möchte ich den Menschen auch gerne sagen. Es gibt keinen guten oder schlechten Christen im ersten Sinne. Natürlich gibt es Vergehen, die man macht und so weiter und so fort, aber wir haben keine Erwartungen erst mal. Ja, und da passt ja auch wieder, dann haben wir den roten Faden zum Anfang. Da kann dann ja auch der Kneipengottesdienst dazu passen oder die Aperol-Spritz-Andacht an irgendeinem Ort, wo schönes Wetter ist und wo die Menschen gerade sind. Ja, also man muss jetzt nicht am Kirchengebäude hängen. Das heißt so schön, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter uns. Das sagt Jesus und das glaube ich auch. Das ist vollkommen wurscht, wo wir uns treffen. Okay. Also ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Leidenschaft noch mehr Menschen anstecken. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh über das Gespräch. Mich haben Sie angesteckt. Also ich glaube Ihnen das alles. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Einstellung und Ihrem Glauben ganz, ganz viele Menschen erreichen. Ja, dankeschön. Schauen wir mal. Ich hoffe auch. Ja, wie gesagt, der liebe Gott wird es richten. Alles Liebe und auch für das, was in nächster Zeit bevorsteht. Dankeschön. Und dass Sie gesund und glücklich dann zu dritt sind. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit. Danke. Bis dann.